Und wieder ein Scheunenfund bei Pandora TV. Bei unserem letzten Besuch im Autohaus B&K in Celle haben wir ihn entdeckt. Ein BMW i8 in Frozen Yellow. Der BMW i8 wurde gebaut von 2013 bis 2020 als Coupé und als Roadster. Es war ein Hybridfahrzeug, was mit einem 1,5 Liter 170 kW Verbrennermotor und einem Elektromotor zwischen 96 und 105 kW ausgestattet war. Es wurden in dieser Zeit 20.000 Fahrzeuge gefertigt im BMW-Werk in Leipzig. Sollte euch dieses Fahrzeug gefallen oder auch einige andere, die wir auf Pandora TV vorstellen, dann seid doch bitte so nett und macht den Daumen hoch und lasst uns ein Abo da. Dankeschön. Durch seine Flügeltüren ist das Ein- und Aussteigen im BMW i8 nicht ganz einfach. Aber wenn man jung und dynamisch daherkommt, ist das kein Problem. Da geht auch mal was rein. Die obligatorischen drei Six-Packs passen. Ja, was hat dieses Handschuhfach mit Kofferraum zu tun? Kommt auf den Kofferraum, dann ist es auch ein Kofferraum. So ist es vernünftig. So ist es schick. Ich meine, da macht er seinen Kofferraum auf und zu. Es freut uns, wenn euch dieses kurze Video über den BMW i8 gefallen hat. Lasst doch bitte ein paar Kommentare zu diesem Fahrzeug da. Ja, es ist wirklich kein alltägliches und wie gesagt, wenn euch diese Fahrzeuge gefallen, Daumen hoch und bitte ein Abo für Pandora TV.